Er die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht äst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne, Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die hab ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefallt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Pterano kennt Blattfresser, die kennt Blattfresser, die geäst das und das Unglück bekommt. Ha, Onkel Pterano, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß. Aber ich muss immer daran gedenken. Naja, wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Peter, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber dass unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Ihr ist überdachend, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hierbleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Klaue immer dichter, gefährlich näher. Kralle auch näher? Oh. 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 Kinder, passt auf! Alles in Ordnung mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache irgendein Hause. Hey, wie wär's mit die Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Komm, Kinder, schnappt euch, was ihr von unserem alten Nest finden könnt. Ich hoffe, Petri ist nix passiert. Ich hab noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri liegt? Wow. Der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot-Jumper-Ruby. Mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung. Aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Hey, das Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Weißt ihr, wir vermissen Altesnest gar nicht mehr. Weil alles, was mir geliebt an Altes Hause, ist auch hier in Neues Hause. Ich ganz doll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große, helle Scheibe scheint ganz tief in mich drehen. Ganz schlimmer Tag. Ich sage Tschüss zu meinem Nest. Und ich verliert mein Kuschelstock. Doch jetzt ich weiß, wichtiger als das alles ist, dass meine Familie sicher ist. Ich ganz doll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große, helle Scheibe scheint hell tief in mich drehen. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große, helle Scheibe scheint hell tief in uns drehen. Wir sind glücklich, dass wir hier zu Hause sind. Wir sind glücklich. Wir glauben, wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Pietri. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten beim Rahmen gefunden, Pietri. Oh, wow. Danke, Jumper. Jetzt fühle ich mich wirklich wie, wie Hause. Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Trauchberg sind nur ein Berg. Wir als letzter Zuhause sind kleiner Nestling. Petri, Riesenangst-Ei. Ich zu Riesenangst-Ei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir. Aus. Ha? Ich habe es. Los, komm, Pietri. Du bist dran. Pietri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Jumper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Pietri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön. Mir versucht mal. Mir geht auf. Pietri, nicht ängstlich, klar? Pietri, keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Hä? Pietri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch. Ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich fliege über rauchenden Berg. Oh nein! Ich nicht hätte tun sollen. Jetzt ist der Berg sauer auf mir. Huch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du musst Hilfe holen. Ich fliege hier nicht. Nein. Dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Pietri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön. Also gut. Mir fliegt. Du bist der Beste, Pietri. Ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht bergsauer. Mir macht nicht bergsauer. Hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normaler Berg. Keine Angst, Freunde. Ich beeile ihn. Ich wusste, er kriegt das hin. Jap, jap, jap. Tja. Tja. Fahr zurück, Pietri! Du schaffst es! Ich... Komm, tsch... Flieg, Pietri! Flieg! Ich fliegt ja schon. Ich fliegt ja schon. Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Ach, da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getrefft. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchende Berg mag nicht flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Pietri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du Wissen? Ich fliegen drüber. Ihr macht bumm. Ich hör auf mit Fliegen. Ihr macht nicht mehr bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge. Mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein Pässchen mehr fliegt, Freunde. Es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Pietri! Was ist passiert, Pietri? Meine Freunde brauchen Hilfe!